guten tag meine freunde hier ist der guzoa wieder ich hau mal weiter ein bisschen raus hier nebenbei wo ich hier gerade im boost bin und michael hat eine richtig geile dev gepostet richtig geil wir befinden uns in meister 3 das heißt also pokies sind nicht komplett egal und er lockt die cb halt mit dem schwein und denkt sich halt eben auch ja ich bin so richtig der coole style und giftet die alles cool bis hierhin ist das richtig richtig toll so und jetzt denkt dass ich erst mal kommen wir machen eine schweineschlange wir machen richtig schöne schweineschlange so und auch cool gar kein thema aber ihr wisst ja selber schweine und bomben ist ja nicht so toll und da piercet was nämlich hier geht ein riesenbombo so schweine natürlich schon mal richtig schön k.o. so jetzt droppt dann hier und da kommt die nächste bombe und oh sind sie weg also das ging ziemlich schnell und ich würde mal sagen der hat ziemlich geweint weil man sowas einfach mal nicht macht ganz klare nummer ganz ehrlich also das hätte ich sogar besser gemacht muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen da hat der talk einfach mal richtig schön daneben geschissen und das war nix also das war absolut nix und hat er sogar null hat er sogar null prozent gemacht nee okay immerhin vier prozent ja und da ein gegenteil mal zu gucken wir mal wie kalle das gemacht hat eine schöne wirklich fast maxed out also ich würde mal wirklich sagen vom aufbau her noch ein bisschen besser als meine von mauern her und der rest ja auch maxed und da hat er richtig schön für trouble gesorgt würde ich mal sagen hier ein schöner jump gucken wir mal rein golem jump guckt mal einwandfrei der nimmt schön def auf sich und dann mit der combo mit mit schweinen ist das echt gar nicht verkehrt das habe ich auch schon oft gesehen auch im bereich champ zum beispiel werde ich halt wirklich oft mit schweinen angegriffen und wenn ich mit schweinen angegriffen werde obwohl ich die riesenbombe mittlerweile jetzt schon mittig gepackt habe werde ich dann auch wirklich öfter mal gefreestart ganz klare nummer das ist echt eine richtig gute sache aber er lässt hier wirklich schön laufen hier könnte man eventuell noch okay du hast ja halt gesagt gut okay kommen hier schweine vor alles klar bringt natürlich einen zeitlichen vorteil auf jeden fall weil sie halt wirklich schnell über die mauern hin sind weil wir sehen es ja hier wie lange das hier hier war ja sogar noch ein jump spell wie lange das hier wirklich gedauert hat bis die hier lang gekommen sind und die schweinchen hüppeln halt überall rüber und alles ist easy so und jetzt haben wir das problem beziehungsweise gar nicht mehr das problem sondern einfach nur okay komm wir können nutzen und fertig können hier schnell die base leerräumen guck mal was er noch theoretisch gehabt hätte also da wären locker noch ich sage jetzt mal drei kanonen und zwei bogeytürme oder sowas drin gewesen klar also richtig richtig schön weggerotzt und das ist natürlich auch so eine sache da macht man dann natürlich richtig schnell mal pokies wenn man so abliefert ganz klare nummer und geiler loot zusätzlich natürlich noch ansonsten ist wieder alles beim alten sprich im klaren darf man wieder ganz normal mit einem guten townhall neuen anfragen und ja aber gerne auch immer noch im champ bereich also sprich einer der weiter oben ist ich gehe auf jeden fall noch hoch da kann man ja immer noch mal ein bisschen mit mir battlen aber ich gehe langsam hoch ich übertreibe das nicht alter schon wieder ein 13 kapper richtig geile axt alter das gefällt mir mega gut so 1 2 3 4 5 ganz chillig weil die werden so schnell hier von der luftabwehr nicht gekillt das passt alles und ich hätte noch ein bisschen warten können weil hier ja wirklich nicht so viel zeugs los ist so jetzt gucken wir mal genau jetzt ist genau das habe ich jetzt extra machen wollen ich habe gewartet bis die kanone wirklich die queen anvisiert hat um sie dann zu hitten weil sonst wären die bogeys natürlich gleich wieder von der kanone rasiert geworden und da hatte ich keinen bock drauf schnell 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 ja gut weil die soll halt eben ins innere reinlaufen gucken wir mal ob das hier klappt ansonsten ja genau also townhall ist meins ich gucke mal ja doch wir haben noch harte truppen hier sage ich mal die wir hier zu bewältigen haben und ich rage auch gleich ist mir einfach sicherer ich will da kein risiko eingehen mit den magiern geht es auch relativ schnell dass die queen das zeitliche segnet und das möchte ich halten logischerweise nicht ich probiere natürlich wirklich jetzt dann lieber wenn ich sehe oh der gegner ist jetzt nicht so dass der mich richtig hart fickt dann ist es so dass ich sage gut okay kommen dann lasse ich erst mal ein rage spell und mache gleich meine ability weil es könnte sein dass ich komplett ohne rage spell durch den angriff komme und dann natürlich richtig richtig episch elixier spare ganz klar ansonsten haste spell auf die heiler obwohl der ja auch für lufttruppen gilt finde ich ist das nicht der knüller also da muss man dann halt leider wirklich ein rage nehmen bin ich der meinung ansonsten was konnte ich noch sagen genau ich habe den king gleich wieder schlafen gelegt der geht jetzt auch auf level 27 aber ich muss auch dazu sagen das ist jetzt wirklich so wenn ich jetzt sagen würde oh guck mal hier hier oben habe ich so viel dunkles gefarmt ich konnte meinen king gleich wieder hinlegen obwohl der schon 125 oder sowas gekostet hat ist quatsch ich hatte ja wirklich immer bei den bohrern den boost mit drinne und das muss man halt auch noch mit rein rechnen wenn ich halt wirklich über nacht einfach mal 3,6 k mache dann ist das nicht zu vernachlässigen ganz klare geschichte und jetzt machen wir hier noch mal ganz easy hier noch die 50 prozent das ist mal ganz klar da machen wir ganz schnell hier den sack zu hier mit dem puster ist mir vollkommen banane das so na vollkommen banane sage ich noch ja ja genau herzlichen dank gut dass die eine kanone weg ist weil sonst hätte ich jetzt richtig in den sack bekommen einwandfrei hier noch schön ein loot opfer ziehen und dann sollte ich eventuell sogar noch hier schön rüber schießen können das wäre natürlich mega nice sehr geil die queen hat es drauf weil die luftabwehr ja sonst halt wirklich alles ausschaltet da habe ich ja gar keinen bock drauf und jetzt haben wir fünf pfeiler raus gehauen ein paar bogies und das war's ein gift zauber okay kann ich mit leben auf jeden fall und super günstig super schnell super geil also von daher total easy und da brauche ich nicht mal die queen ich will nicht dass die so krass von der tesla gehittet wird nice auf jeden fall extra nice genau vier minuten gar kein problem die nutzen wir dann einfach mal um noch ein paar fragen zu beantworten beziehungsweise ein paar kommentare zu beantworten mal gucken hier so jetzt haben wir noch mehr ich möchte euch hier wie gesagt auch immer auf dem laufenden halten layout anpassen dass ihr wisst was los ist wir haben nur noch 18 mauern level 8 mittlerweile schon fast 90 auf 9 und 145 auf 10 also das geht hier richtig richtig gut voran das passt auf jeden fall ich guck mal gerade nochmal boah 1,2 millionen alter so eine krasse unterlevelte base richtig hardcore da bin ich mal richtig gespannt ja du guckst jetzt halt wirklich wo du erst okay so viel dazu ich dachte schon du guckst jetzt erstmal vorsichtig aber nein scheiß drauf richtig gas geben ist für die gewinner äh ja das hier wird natürlich dann eine schwierige nummer weil die schweine ja natürlich vom inferno komplett gehittet werden da ist natürlich gar nichts weil klar der heil geht nicht die kombination habe ich jetzt schon mittlerweile bei vielen gesehen halt einmal single einmal multi macht ja auch sinn klar so jetzt gucken wir mal ja jetzt hat der natürlich hier schon alles weggebrutzelt aber er hat noch ordentlich also braveheart hat noch ordentlich magier und das ist natürlich richtig episch ich würde mal sagen von unten reingehen weil das hier ist schon nett aber das kriegst du noch mit den magiern hin genau und dann den unteren teil mit den helden clearn oder rein 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 drop den drop das zeug drop der hero ich hätte das gleich gemacht weil die sind eventuell abgelenkt aber ok gucken wir mal es ist richtig richtig fetter loot ah ok also ich wäre schisser gewesen und hätte gesagt gut ok komm von unten ganz klare nummer muss ich ja ganz ehrlich sagen so hier rathaus angehittet und zack alter bitte oh schade also ist natürlich mega nice ganz klare kiste ganz klare nummer hier aber ich wäre von unten reingegangen aber gut wie gesagt im nachhinein hier ein auf ich hätte ich hätte wisst ihr selber macht man nicht wir benden das video hier und ihr seid dann im nächsten wieder mit dabei reingekloppt ciao ciao